Die Vision von Platincoin ist es, ein Kryptosystem aufzubauen, um neben dem volatilen Kryptomarkt einen stabil wachsenden Markt zu etablieren. Dieser neue Markt soll eine sehr hohe Nachfrage nach Platincoins generieren. Platincoins schafft dafür eine Infrastruktur aus vielen Pilotprojekten. Nutzer, die noch nicht wissen, dass sie ihre Coins ganze 10 Jahre lang vermehren können, können ihre Platincoins auf unterschiedliche Art und Weise nutzen und sich damit solide finanzielle Vorteile sichern. PlatinDeal kann man ähnlich wie bei Ebay-Anzeigen bereits kostenlose Anzeigen schalten und damit mittlerweile in über 120 Ländern der Welt Waren mittels Platincoin kaufen und verkaufen. Andererseits kann man auch Gutscheine für große Online- und Offline-Geschäfte erwerben. Demnächst soll es die Möglichkeit geben, wie auf Amazon auch direkt shoppen zu können. All das mittels Platincoin. Im Coinsbit Store können Sie ebenfalls auf zahlreiche Produkte von großen Marktplätzen wie Amazon, AliExpress, Alibaba, Taobao oder Ebay zugreifen und die Produkte von globalen Marktplätzen mittels Platincoins erwerben. Auf Platinhero können Sie Ihre Platincoins dafür einsetzen, um Startups zu helfen, Ihre genialen Produkte zu realisieren, die ohne Ihre Hilfe niemals realisiert werden würden. Sie können Wohltätigkeit betreiben und Familien und Kindern helfen, Leben retten und die Welt schützen. Platincoins geben Ihnen noch nie dagewesene Möglichkeiten der Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Platinhero ist eine einzigartige Crowdfunding-Plattform, bei der Sie Projekte unterstützen können, ohne Ihre Coins riskieren zu müssen. Sie frieren Ihre Platincoins lediglich in einem sogenannten Smart Contract ein, direkt auf Ihrem Smartphone. Das bedeutet, jeder kann nun ein Projekt unterstützen, ohne seine Coins riskieren zu müssen und verdient dabei auch noch Geld. Das ist eine absolute Revolution in einem Multimilliardenmarkt, die es in dieser Form kein zweites Mal auf der Welt gibt. Des Weiteren arbeitet Platincoin an vielen weiteren Infrastrukturprojekten, die als Pilotprojekte bezeichnet werden. Pilotprojekte sind Projekte in der Entwicklung, die erst in naher Zukunft als eigenständige Produkte auf den Markt platziert werden sollen. So ist die eigene Platincoin Debitkarte ein solches Pilotprojekt. Diese wird man mit Platincoins und anderen Krypto- und Fiat-Währungen aufladen können. Die Platincoin Debitkarte soll an mehr als 50 Millionen Standorten weltweit akzeptiert werden, sowie für Abhebungen an Geldautomaten geeignet sein. Mit der eigenen Debitkarte soll Platincoin massentauglich und weltweit handelbar sein. Ein weiteres Pilotprojekt von Platincoin sind die Verkaufsautomaten, die Platincoins als Zahlungen für verschiedene Produkte akzeptieren. Der Platincoin ist kinderleicht zu bedienen und eignet sich ausgezeichnet zum Kauf von Eis, Snacks oder Kaffee aufgrund der geringen Gebühr und der hohen Transaktionsgeschwindigkeit. Die ersten Verkaufsautomaten wurden bereits in Hongkong erfolgreich getestet und ernteten bereits positive Resonanz. Ein weiteres Mega-Pilotprojekt von Platincoin sind die Post-Terminals. Über die Terminals sollen die Nutzer zukünftig mit verschiedenen Kryptowährungen und vor allem mit Platincoin einfacher bezahlen können. Als weiteres Pilotprojekt sind Kryptomaten als Produkt für den Massengebrauch geplant, um weltweit Aufmerksamkeit und Nachfrage nach Platincoins zu gewährleisten. Die gute Nachricht ist, dass obwohl Platincoin bereits fast fünf Jahre auf dem Markt ist und über 600.000 Nutzer zählt, das richtige Wachstum erst noch beginnt. Um bei Platincoin mitmachen zu können, werden Platincoins benötigt. Diese können Sie ganz normal auf einer der vielen Börsen kaufen oder Sie können Ihre Coins selbst produzieren. Durch die Platincoin Farm können Sie bequem und unschlagbar günstig Platincoins selbst produzieren. Schauen Sie sich das nächste Video an und laden Sie Ihre Wallet innerhalb einer Woche gratis mit bis zu 220 Platincoins auf.